So, und weil da jetzt ein Stück Mauer fehlt, kommt hier gleich ein neues Stückchen Mauer ran. Von Hans Martin Fleischer. Hans Martin Fleischer. Mit seiner Next Wall to Fall. Ist doch Presse, da ist er nicht wieder. Da bin ich doch der Farber. Na ja, ich wollte auf die andere Straßenweite, das wird doch besser gehen. Ja, Tiago. Jetzt bin ja terminology doch. Ich kann mich zur Idee sobie. So, ganz gut. Ja, natürlich. Mal nicht. tastes auf derels diesem nahe. Das wird ja nach ... Das Stück Mauer wird jetzt gleich da rüber gefahren. Ja, es ist wohl verboten, das da rüber zu bringen. Gehen Sie doch bitte wieder rüber, hallo? Sie sollen bitte rüber gehen. Nicht schubsen bitte, ja? Verstehen Sie das nicht? Mich nicht schubsen, bitte, wenn ich hier schnere Sachen tragen, mich bitte nicht schubsen, ja? Nein, es ist ein gefährlicher Ort. Bitte gehen Sie rüber. Ja. Was haben Sie da nicht verstanden? Wir haben Ihnen gerade schon mal die Anweisung gegeben. Die anderen sind auch alle hier die Pressevertreter. Die werden auch alle rüber geschickt. Ja, aber rüber geschickt und ich hier schubs. Ja, weil Sie es nicht verstehen. Ja, ich verstehe schubsen nicht, wenn man mich anspricht. Sie laufen nicht zum zweiten Mal, seitdem Sie hier sind, laufen Sie zum zweiten Mal rüber. Ja, die anderen sind doch auch alle da. Kicken Sie mal da. Warum darf ich nicht als Pressevertreter da rüber? Die werden auch alle rüber geschickt. Ja, das sagen Sie mir schon die ganze Zeit. Hören Sie doch auf. Gehen Sie bitte rüber. Nein, Sie brauchen nicht die Bank. Das kann doch nicht wahr sein. Nein, auch nicht. Da stehen Leute. Ja, die stehen aber da die ganze Zeit. Ja. Warum dürfen die da stehen und warum darf ich da nicht stehen? Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Wir müssen einen nach dem anderen ansprechen. Sie sind jetzt der Adressant, also gehen Sie jetzt da rüber. Alle gehen jetzt da rüber. Alle gehen jetzt da rüber, ja. Nach und nach. Wir können hier alles gleichzeitig machen. Ja, und warum nicht zuerst die Leute da rüber oder so? Weil wir jetzt an Sie ansprechen. Ja, das ist ja eine Schubse hier. Gehen Sie bitte rüber? Ja, ich kann jetzt nicht rüber oder soll ich in Lofenverkehr? So, na, das war Ihnen da vorher auch bewusst. Ja, das war mir vorher auch bewusst. Was ist denn das für eine Auskunft hier? Das ist Behinderung der Presse. Mehr ist das nicht. Ja, und zwar ganz selektiv. Die dürfen noch da stehen und fotografieren. Da, da stehen sie und fotografieren. Ja, Sie gehen trotzdem jetzt erst mal da rüber. Ja, ja. Sie können sich dann gerne beschweren. Bei wem? Bei dem Einsatzleiter, der kommt dann gerne. Und über wen? Über wen? Bei dem Einsatz hier, Sie können da gerne beschweren. Über Sie vielleicht. Wie ist denn Ihr Name? Ich kann Ihre Nummer so schlecht erkennen gerade. Sie steht immer auf dem Rücken. Ja, dann bringen Sie sich da bitte mal um. Bitte, dann kriegen Sie alles. Bei dem darfst du dich beschweren, ja. 200 Leute, meine Nummer, ihr habt noch nie kamen. Ich finde das immer lustig. Ja, ich meine, das ist bestimmt nicht mehr lustig. Doch, das ist immer lustig. Nee. So, jetzt gehen Sie rüber. Kein Bitte, kein Nisch, Kenianisch, nur Schuckse hier, meine Hüte. Ja, ich bin nicht mehr lustig.